Chaitanya besiegt den Weltbesieger. Chaitanya Bhagavata Adhikanda 11 Mat Ausgabe 1.13 Prabhu schwelgte im Raser des weltlichen Wissens. Zu dieser Zeit kam ein Gelehrter nach Navadvip, der von Ort zu Ort zog und der von jedem, den er in Dispodationen besiegt hatte, eine Unterschrift erhielt. Er verehrte ausschließlich die Sarasvati, murmelte ihren Mantra und macht die Sarasvati gefügig. Sarasvati ist eine andere Form der Rama, Lakshmi, die ihrem Wesen nach Vishnubhakti ist und an Vishnus Brust ruht. Seinem guten Glück war es zu verdanken, dass sie ihm ihren Anblick gewährte und ihm die Gnade gab, ein weltbesiegender Gelehrter zu werden. Fußnote 363 Noch vor wenigen Jahren wurde in Indien das Schuljahr im Herbst jeweils mit einer Feier zu Ehren Sarasvatis, der Göttin des Wissens, begonnen. Mit einem bloßen Blickstrahl kann Sarasvati Bhakti geben. Was bedeutet es ja schon, jemandem die Gnade zu verleihen, ein weltbesiegender Gelehrter zu werden? Dieser Gelehrter, der in der Welt umherschweifte und den niemand zu widerlegen vermochte, weil alle Zitate und Belege aus den Shastras ständig auf seiner Zunge bereit waren, hatte von Navadvib gehört. Und mit seinen Begleitern, Pferden und Elefanten kam er deshalb dorthin. Und die Gelehrten von Navadvib waren in großer Furcht, dass nun das Ende ihres Ruhmes gekommen sei. Es hatte sich ja bereits herumgesprochen, dass Sarasvati ihm ihre Gabe verliehen hatte. Die Schüler bringen die Nachricht zu Gaurajandra. Dieser sagt lachend, Gott duldet keinen Stolz. Wenn jemand auf irgendetwas stolz ist, dann zerstört Gott es sicherlich. Das Zeichen eines guten, fruchttragenden Baumes ist, dass es sich in Demut niederbeugt. Die Herrscher Nahaya, Nahusja, Vena, Bana, Ravana, sie waren alle große Weltbesieger. Sagt mir, wessen Dünkel würden nicht zu Staub? Ishwara duldet keinen Dünkel. Und seinen Dünkel auf Gelehrsamkeit wird Ishwara zunichte machen. Prabhu geht am Abend zur Ganga, berührt ihr Wasser, neigt sich ehrfürchtig vor ihr und setzt sich inmitten seiner Schüler nieder. Ohne etwas auszusprechen, sind er. Dieser Weltbesieger hat wohl großen Eigendünkel und ist getäuscht, verwirrt und meint, dass niemand wagt, ihm zu entgegnen. Wenn ich ihn hier vor allen Leuten besiege, da wird er wie tot sein und die Menschen werden den Brahmanen als solchen die ganze Kaste gering zu schätzen beginnen. Ich muss ihn besiegen, doch so, dass sein Dünkel vergeht, ohne dass er allzu viel Leid erfährt, das heißt einsam mit ihm. Während Gott, der Herr, so dachte, kam der Besieger der Welt, Digwijai, es war bereits die Nacht, angebrochen. Lauteres Mondlicht überflutet die Ganga, an deren Ufer er im Kreise seiner Jünger sitzt, ein bezauberndes Bild. Er erklärt und macht mit Logik Nein zu Ja und Ja zu Nein. Der Weltbesieger sieht ihn und bewundert das Bild von Ferne. Er fragt die Schüler, wer das ist. Sie sagen ihm, Nimei Pandit. Der Weltbesieger grüßt die Ganga und schließt sich der Gruppe an. Prabhu lächelt ein wenig, begrüßt ihn und heißt, ihn niederzusetzen. Der Digwijai war von Natur aus furchtlos, doch als er ihn sah, füllte sich sein Herz mit furchtgemischter Ehrerbietung. Das ist die natürliche Folge der Ishvara eigenen Kraft, das sein bloßer Anblick mit Ehrfurcht erfüllt. Prabhu bittet ihn, zur Sündenbefreiung aller Anwesenden von der Ganga zu sprechen. Der Weltbesieger spricht fließend, schnell, voll tiefem Sinn und reicher Sprache, ist doch Sarasvati auf seiner Zunge. Alle Schüler Chaitanyas sind erstaunt, dass von menschlicher Zunge solche Dinge kommen können. Als der Digwijai eine Pause macht, sagte Prabhu lachend, ihn preisend, nur du selbst verstehst den Sinn deiner Worte. Da wäre es gut, wenn du jedes deiner Worte uns den Grund ihres Gebrauches erklären wolltest. Der Digwijai fängt an, jedes Wort zu erklären. Und jede einzelne Erklärung wird von Prabhu widerlegt und zerstückelt. Der große Digwijai kann plötzlich nicht antworten. Nichts als ein paar Worte stammelt er, die sofort von Gauranga widerlegt werden. Der Brahmane kann plötzlich seine eigenen Worte nicht erklären. Prabhu sagt, lass das Erklären sein, setze deine Rezitation fort. Doch der Weltbesieger vermag nichts zu sagen. Das ist nichts Erstaunliches, dass er vor ihm vollkommen verwirrt wurde. Denn selbst die Veden werden verwirrt, wenn sie vor dem Herrn stehen. Ananta, Brahma, Rudra, sie alle, welche die unendlichen Welten vor sich sehen, werden verwirrt, wenn sie vor ihm stehen. Also ist die Verwirrung des Digwijai vor Mahaprabhu keineswegs verwunderlich. Das Grundmotiv allen Tuns Ischwaras ist die Errettung der leidenden Jivas, der von ihrem Urgrund abgeirrten Atmas. Als Prabhus Schüler anfingen zu lachen, da der Weltbesieger nun in seiner Niederlage hineinging, verbot er es ihnen und sagte zum Digwijai, Komme morgen, es ist tiefe Nacht, gehe nach Hause. Auch ein Mann wie du muss müde werden. Geh und ruhe dich aus. Und so behandelte er ihn ganz zart, wie er es immer tat, wenn ein Gelehrter in Navadvib seine Niederlage eingesehen hatte. Und so verletzte er am Schluss niemanden. Und deswegen mochten ihn die Gelehrten Navadvipas sehr gerne. Er und der Digwijai gehen fort, jeder nach seiner Behausung. Nachts denkt der Digwijai nach. Sarasvati gab mir die Gabe, jeder, wer es auch sei, muss gegen mich verlieren. Auf jedem Gebiet. Logik, Sankhya, Mimamsa, Patanjalis-Yoga, Vaisheshika, Vedanta. Fußnote 364 Es handelt sich um die sechs orthodoxen Systeme der indischen Philosophie. Da hat dieser Brahmane, der die Kinderwissenschaft der Grammatik lehrt, mich besiegt. Welch ein Schicksal! Da ist das Gegenteil der Gabe Sarasvatis eingetroffen. Und ein Zweifel entsteht in meinem Herzen. Habe ich eine Sünde gegen die Sarasvati begangen, dass mein Wissensglanz sich verdunkelt hat? Ich muss den Grund herausfinden. Er murmelte seinen Sarasvati-Mantra und fiel endlich traurig in Schlaf. Da erscheint dem Brahmanen im Traum die Sarasvati und spricht zu ihm von einem großen Geheimnis. Vernimm, o Brahmane, etwas, was selbst in den Veden verborgen ist, und sage es niemandem, da sich ansonsten dein Lebensalter verkürzt. Du hast deine Niederlage vom Herrn aller Universen erhalten. Ich selbst bin Dienerin seiner Lotusfüße und halte mich schamvoll außerhalb seines Blickfelds auf. So, wie es Brahma zu Narada im Bhagavatam 2.5.13 sagt, Sie, welche die Wesen betört, sodass sie von mein und ich reden, steht in Scham fern vom Blickfeld Bhagavans. Was kann ich tun, in Gegenwart Bhagavans? Kann ich nicht auf deiner Zunge sein? Das ist nicht nur mit mir so. Sogar Anandasheesha Bhagavan, der Tausendhäuptige, wird verwirrt, wenn er vor ihm steht. Und doch preisen Brahma und Rudra-in den Unendlichen. Er, das höchste Brahman, ist ewig lauter, Chit, allüberall, die Fülle, und er ist als Paramatmer in allen Herzen. Alles Karma, Gyan, Wissen, das Heilvolle und Unheilvolle, die Folgen des Tuns und Denkens, die in diesem Leben sich auswirken, und das, was sich erst später auswirken wird, alles stammt von ihm und wird von ihm aufgelöst. Fußnote 365 Und eben er ist es, den du in Gestalt des Brahmanen Nimei heute vor dir sahst. Auf seinen Willen hin erhalten alle Wesen von Brahma angefangen Freude und Leid. Alle Avataras sind nichts als er, und er ist der Sohn Vasudevas, der Sohn Nandas, Krishna, der jetzt als Brahmane im Raser des Wissens schwelgt. Selbst die Veden kennen nicht alle seine Avataras. Und der Mantra, den du bisher so eifrig gesprochen hast, dessen Frucht war keineswegs der Titel des Besiegers aller Weltengegenden, sondern, dass du den Herrn aller Universen heute unmittelbar zu sehen bekommst. Also geh schnell zu ihm hin und übergib dein ganzes Wesen den Lotussen seiner Füße. Halte das, was ich dir sage, keineswegs für einen bloßen Traum. Da du meinen Mantra sprachst, habe ich dir gesagt, was in den Veden verborgen ist. Am frühen Morgen geht der Brahmane zu Prabhu und wirft sich vor ihm nieder. Prabhu nimmt ihn in seine Arme und fragt ihn, was geschehen sei. Der Brahmane bittet um den Blickstrahl seiner Gnade. Prabhu fragt ihn, warum sagst du das? Du bist doch der Besieger aller Weltrichtungen. Der Digvichai antwortet, Oh, du edler Brahmanenkönig! Wenn man dich verehrt, dann geht alles Werk zum Guten aus. Du bist im Kali-Yoga Narayana in Gestalt des Brahmanen. Doch wer hat die Kraft, dich zu erkennen? Als du mich gestern fragtest und ich keine Antwort geben konnte, stieg mir sofort ein Zweifel auf. Deine Art, Herr zu sein, unterscheidet sich von der Art aller anderen Herren. Das heißt, von allen anderen Seinsweisen Bhagavans. Alle Veden sagen es und heute habe ich es unmittelbar gesehen. Du hattest mich dreimal besiegt und doch ließest du meine Würde unangetastet. Du bist Narayana. In ganz Indien hat mich niemand besiegen können und vor dir versagte alle meine Weisheit. Das ist keineswegs erstaunlich, denn du bist der Herr der Saraswati. So hat sie es mir gesagt, und es war mein Heil, dass ich nach Navadvib kam. Ich war betört und gefesselt von den Vasanas, den inneren Antrieben im Unterbewusstsein, betört von Avidya, und ich lief umher und betrug mich selbst. Nun erlöse mich durch den Blickstrahl deiner Gnade. Es ist ein Wesen, anderen Gutes zu erweisen. Gib mir Unterweisung, damit nicht wieder schlechte, unbewusste Antriebe entstehen. Bravo zu ihm. Vernimm, o Bramane, du bist wirklich glücklich, denn Saraswati spricht durch deinen Mund. Ich will die Gelehrten der ganzen Welt besiegen. Das ist nicht Zweck und Ziel des Wissens, sondern echtes Wissen ist dienende, erkennende, liebende Verehrung Gottes. Und vergiss nicht, wenn die Zeit kommt, den Leib zu verlassen, da gehen weder Reichtum noch andere Dinge mit. Deshalb haben die Großen alles aufgegeben und widmen sich mit starker Entschlusskraft der Seva, dem Dienste Ishwaras. Gib also den Unsinn auf, der Größte aller Gelehrten sein zu wollen und widme dich der Verehrung der Lotuse der Füße Krishnas. Tue es sofort, nicht erst, wenn der Tod vor der Tür steht. Die wahre Frucht des Wissens ist die Hinwendung des Denkens, der Sinne und allen Strebens zu den Füßen Krishnas. Das ist die große Unterweisung an dich. Das einzig Wahre in endloser Wandelwelt ist Vishnobhakti. Mahabrabhu umarmte ihn. Und zugleich wurde er frei von allen Bindungen und Fesseln. Er erhielt die Anweisung, gib allen Stolz auf, geh, tue Verehrung Krishnas und sei gütig zu allen Wesen. Doch von dem, was Sarasvati dir sagte, darfst du niemanden berichten. Es würde ein schnelles Ende deines Lebens bedeuten und dir Unheil im nächsten Leben bringen. Der Brahmane warf sich vor ihm nieder. Auf Prabhus Wunsch war von diesem Augenblick an Bhakti in seinem Leibe und Entsagung. Das heißt, farblos werden der Sinnendinge. Und auch unmittelbare Erfahrung des Gehörten, das heißt des Unvergänglichen. Nichts blieb mehr von Stolz übrig. Er gab alles auf. Elefanten, Reichtum und die Schar der Begleiter. Allein ging er seineswegs. Mahabrabhus Gnade verursachte, dass er die königliche Straße verließ und ein Bettler wurde. So wie später Chaitanyas Schüler, Darbirkas, Rupa Goswami, das Wohnen im Palast aufgab und im Walde lebte. Alles, was man in dieser Welt begehren könnte, gibt derjenige auf, der Krishnas Diener wird. Königlicher Luxus scheint Freude zu sein, solange man die Größe der Freude der Bhakti nicht kennt. Nicht nur königliches Glück erscheint dem Diener Krishnas ganz gering. Selbst das Glück des Freiwerdens des Atmer bedeutet ihm nichts mehr. Doch kann solche Erkenntnis nur durch Bhagavans Gnadenblick entstehen. Und deswegen sprechen alle Veden von der dienenden Verehrung Ishwaras. Fußnote 366 So wie alle Kraft Schakti Bhagavans hat auch die Saraswati zwei Wirkweisen. Eine Gott zugewandte und eine Gott abgewandte. In ihrem Gottes zugewandten Aspekt ist die Saraswati ungetrennt von Gott und die Geberin der Kraft göttlicher Weisheit in Worte auszudrücken. Und das ist der wahre Sinn ihrer Verehrung. Der Pandit aber wollte früher durch ihre Verehrung weltliche, gottlose Gelehrsamkeit im höchsten Grade erreichen. Er bekam, was er erbart. Doch das ist nicht ihre wahre Gnade. Echte Saraswati-Verehrung ist bitte um Gottes Weisheit, um Bhakti, nicht um weltliches Wissen. Sobald Gott Gnade schenken will, enthüllt die Saraswati die Gott zugewandte Weise ihres Wesens als lautere Saraswati und spricht durch den Mund des Betreffenden.